so weitere folge mit dabei immer noch der ghana und der dark moon und ich fahre die laien jungfernfahrt stock bei mir sind aber auf dem schiff heute chinesischen wochen da gibt es leckerleis guck mich doch einfach an da dessen fahrende china restaurant aktuell was los mit ihr 2000 schauen hast du mal die erste mit dem wachsinn die erbsen damit der schnelle kochel die 2.112 schaden fehlen mir am ende die bereich mit einer heilung rein moment mal 2000 2000 noch hat damit angezeigt jetzt bei dem motto war bezeichnet wie viele schaden genommen aber für die aktuellen kann zeichnen quatsch stimmt das ist ja nicht alles okay nicht gesagt vergesst alles vergesst gegen hier auf 10 euro näher ich darf nicht so weit rein wieso ist jetzt die ganze scheiße wie dazu zurückgezogen hat jetzt habe ich mich extra genebelt damit ich schießen kann jetzt ich 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 habe dich doch getroffen ich habe die muschi getroffen oh gott ab hier die Bomber hoch deswegen muss ich mich jetzt mal bewegen hier hat mir gedacht ich glaube wer läuft Liga 1 abgeschossen Kurfest wird alles runter gleich wieder hinter der Insel regieren kann ich dir wieder helfen entweder montano da kommt Torps rechts Achtung ja ich weiß kleiner zerstörer der macht mich auf die ganze Zeit nein ich glaube aber auch nicht mehr viel äh das sieht wieder aus A raus alter was ist denn hier mit der Deathmines hier klar jetzt kommt hier jetzt eine Topfederflieger repel air attack also hier 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 F***, hier ist irgendwas ganz nahe, macht mich im Nebel auf. Schön, hab ich gefressen gerade. Neptun macht halt einfach keinen Schaden, da kannst du 800 Zieltreffer haben, da kommt nichts bei rum. Ich weiß nicht, was wir bei dem Shifter gemacht haben mit der AP Munizierung. Ich weiß nicht, was wir sehen, was wir sehen, was wir sehen, was wir sehen, was wir sehen. Ich weiß nicht, was wir sehen, was wir sehen, was wir sehen, was wir sehen, was wir sehen. Und wir sehen, was wir sehen, was wir sehen, was wiroten, was wir sehen, was wir sehen. Cool. � Nashville, warte wissen was wir sehen, ob esノnden kann triumph werden. Diese Drecks-Jutland. Jetzt ist mir der D.O.L. Nee, kaputt. Ihr konntet nichts machen, wir... Nee. Ich hab die nur ganz kurz auf so... und das ist wieder weg. Ich hab gerne mit die Schossen. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Ich glaube, du hieß es unter. Machst du gut. Hast du eine schöne Schrift, die Runde? Ach, hast du noch abgesetzt? Ja, man klaut mir nur den Kühl, Alter. Ist nicht wahr, Alter. Also wenn irgendjemand nochmal auf das Schiff absetzt, was ich beschieße, den Topic gibt nächstes Mal aus. Ja. Geil, oder? Das ist immer dasselbe. Weißt du, anstatt hier die Yamato auf den Schein Zerstörer schießt. Weißt du, der Monkey macht dich ja vor, weißt du. Der kann das. Genau. Der hat es irgendwie raus, ja. So, Yamato. Der ist auch genug von Zerstörern gejagt worden im Schlagschiff. Los jetzt, schieß. Schieß, Yamato. Das ist keine Insel im Weg. Das siehst du doch. Schieß. Ja. Wo kein Eis liegt, kann Gassi eben werden. Guckt der eigentlich immer noch dazu? Echt? Mit wie viel Schaden 20.000 oder was hab ich gemacht? Na überhaupt. Der gab's nicht drin. Der gab's nicht drin. Ja. Ja. Raus hier. Tolle Jungfernfahrt. Ja. Hast du hier bewiesen, Monkey? Aber sowas von. Hättet ihr mehr drin sein können? Hättet ihr mal A gecappt und die D rausgenommen? Pff. Ja. Du hast ja auch Radar mitnimmt können, anstatt seinen Nebel. Nee. War ja so schon offen. Ich hätte ja frühzeitig mit Rind fahren können und mir eine Sekundäre arbeiten lassen. Genau. Hättet ihr eine Fahrradkette? Hättet ihr eine Fahrradkette? Hättet ihr überhaupt für eine Sekundäre? Keine Ahnung. Sekundär. 8 x 233 mm. 5 km bla bla bla. Naja. Ach, wo ist der Geister? Da ist er. Da ist er. Letzte Runde für mich. Ja, ich nehme jetzt mal die Yamato mit. Auch schon lange nicht erfahren. Das. Klappen. Das ist für mich dann aber auch die letzte. Ja, okay. Schließe ich mir an. Hier noch ein bisschen Robo machen. Für morgen. Krieg spielen. Geht's wieder auf die Länder? Mhm. Ich muss mal gucken, dass ich ein Bild von dem Panzer macht, der da vorsteht. Ja. Das ist ein amerikanischer Panzer vor dem Kaserngelände. Bei uns, was da steht, stand ein russischer, ne? Da steht immer noch. Da steht immer noch. Guckt Richtung Knast. Riecht ihn aus. Bam. Weg. Ne, das ist er nicht. Oh, nein. schimmer und benson normalseitig ein fort ja es benzen macht mich glaube ich näher die macht mich feuer auf doch also wenn die die wenn die ich da war doch macht dann bin ich schon hinten da ich bleibe dann erst mal hier stehen ich gucke erst mal bewegt euch ein bisschen rechts und bewegt mich auch ein bisschen rechts ja ich war schon mal kämpfen ihr könnt euch um delta genau sieht es aus hintergrund gelacht könnte man aber auch die knaten daten kleiner hund ihr welt wenn man den böse anguckt dann verkriegt er sich gleich ein pantoffel ich habe richtig die hosen voll hier gerade da ist die minotaur schon immer drauf ja schlecht vorher halten scheiße ja so Warte, mach gleich wieder was auf. Ich glaube die Mino Zau steht da noch. Fahre mal rückwärts ins Cap. Da ist ja noch ein Sith. Leider laufen die Torpedos nur 10 Kilometer, das heißt, da fährt keiner mehr rein. Bin ich der Einzige der die Schiffe hier gerade aufdeckt oder sieht die noch jemand? Ich würde mich gerne nebel ein bisschen schießen, wenn sie gerade schon da stehen. Die Runen steht hier auf der anderen Seite von der großen Insel hier. Die Runen steht hier auf der anderen Seite von der anderen Seite von der anderen Seite. Enemy Battleship Deter. Vielen Dank. Na, komm, ich nehme die Rolle. Der steht auf offenes Wasser und geht nicht auf. Was ist das? Jetzt erzähl mir das. Der geht nicht auf. So, hier ist schon ein Bug hier, kommt eine Rune. Na super, Radar macht mich auf. Ah, Worcester. Aber die konnten nicht geschossen haben. Worcester. Ja, bin ja schon dran. Zieht Adela. Bin zu. Ja, trifft natürlich noch eh eine Mumpel. So, wir sollten... Ja gut, C haben wir. B immer noch nicht. Monkey, kannst du doch schießen? Nee, kann ich nicht. Ich weiß ja nicht, wo der überhaupt ist. Ja, weiter hinten. Meinst du, ich stelle mich da vorne direkt hin? Da ist dann nix. Ich bin nicht offen. Hä? Ich treffe nichts. Ich treffe absolut nichts. Das ist immer cool. Der Flieger ist hinterm Berg noch, ja? Und macht ihn auf. Also da sollten wir auch noch daran arbeiten. Alter, jetzt ist die Edinburgh wieder zu. Ja. Torpedos. Mann. War da schon wieder. Vergiss es. Oh, Minotaur. Mino ist weg. We've destroyed an enemy Cruiser. Oh, Minotaur. Ja, weil ich mich nebeln muss. Ja, ich weiß. Ja, klar. Ja, ist... Ach komm, Alter. Genau, logisch. Kommt eh ne Salve angeflogen hier von da hinten hoch und ich bin kaputt. Alter, ist... Nee. Ich bin hier ständig offen hier. Hier wird nichts offen gemacht. Immer auf zu, auf zu, auf zu. Alter, wie die, die ich den Nebel treffen. Das ist so geil. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, ich kann es nicht. Jeder andere kann es nur ich nicht. So bescheid. Jetzt kannst du aber auch fahren. Weil die sind jetzt so dicht genug dran. Ja, ich bin da. Ja, ich fahr... Ich hab ja nicht gehört. Nee, ich hatte ja auch nicht gesagt. Ja, alles klar. Ja, geh doch jetzt auf. Ja, geh doch. Ja, geh doch. Ja, geh doch. Ja, geh doch jetzt auf. Ja, geh doch jetzt auf. Ja, das ändern sie ja zum Glück. Äh, diese Capschef, Alter. Hallo? Was denn? Was denn? Ja, hallo, was denn? Ich hab's mit Riki. Gib mal wieder keine Antwort. Ja, was denn? Ja, was ändern sie? Capschef, hab ich nur gehört. Naja, das ist eben. Die Oberflächenreichweite wird geändert und das Radar wird geändert. Was ist denn da? Was ist denn da? Ja. Oberflächensichtbarkeit geht hoch und Radar ist bloß auf 9 Kilometer. Hat doch nur 9 Kilometer. Nee, hat's, äh, knapp 10. 9 und 8? Genau wie die Deaths, meinst du auch? Ja. Das 9 und 8 sind also 10. Warum wollen sie das kürzen? Und weil die DDS keine Chance haben. 3D zu spät, ob die Worsche ist da. Weil, wenn sie in der Innschnitt geht's ja auch nicht auf. Ja, das ist ja was an. Cool. Grüß, Monkey. Ja, ja. Warum macht er zwei Fröts? Ja, da war er. Ich muss nur mal sicher zeigen, dass er bremst. Der macht direkt eine Kehrtwende wie bei Battleship in dem Film. Und so schnell geht ein Armado down. Aber Befehle befolgt. Fahr vor, komm ran. Nee, ich hab nicht gesagt, fahr vor. Hier ist niemand. Ich hab auf der Karte bis überall der Rote gesehen bei C. Ja, also was aber nicht offen ist. Wenn du kannst rankommen, ist es niemand. Also ich war gefühlt mit Ricky allein hier bei C. Ich war weiter hinten, weil mit der Yamato so weit vorne, dann bin ich vorgefahren, plötzlich der erste weg, der zweite weg, dann war ich alleine und bin direkt im Fokus gewesen. Der Yamato, elf Kilometer sekundär, dazu ist schon viel geholfen. Habe ich hier jetzt überhaupt elf Kilometer? Ah, kann ich jetzt nicht. Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Ja, also hier ist... Da sind wieder zwei Dreier, die außenrum fahren. Die Mino und die Mogami. Scheißegal, ich will mir meinen letzten Container verhalt. Ja, ich guck mir das ihr nur noch zu Ende an, sind bloß noch zwei Schiffe. Das war ja auch total. Ich habe überall Kohle drinnen. Ja, hatte ich das heute Morgen, eine mit drei. Das war auch geil. da wo ich ja hier so ziele sammelt habe da hatte ich öfters 2 und hat ja wirklich alle cantinas so oft reihe drin gehabt ja gut ich posiere mal die aufnahme und wenn dann vorbei ist gucken wir uns aber die auswertung an weil es dauert sonst bis die mugami raus ist so die amato runde ist vorbei gucken wir erstmal die leiden in der vorherigen runde gebracht hat 37.000 schaden 7400 ep letzter platz alle drei letzter platz und 22.000 amato 68.800 schaden knapp 2000 ep und 288.000 credits vernichtender schlag zweiter platz den zweiten platz gemacht ok der dritte platz ricky fünfter sascha ich bin was wo fünfter doch noch so gut habe ich jetzt nicht mit gerechnet und 162.000 plus gemacht meine güte container gut dann verabschieden wir uns für diese folge macht's gut ja tschüss 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 t Untertitelung des ZDF, 2020